Und Live-Musik könnt ihr übrigens auch am nächsten Wochenende haben. Also nicht dieses, sondern 4.5. August. Richtig genial für die ganze Familie. Das Music Fever Festival an der Heesfelder Mühle bei Halfer gibt's schon zum fünften Mal. Und das mit internationalen und lokalen Bands und Künstlern. Ist sogar wer aus Argentinien dabei. Aber auch dieser junge Sänger und Songwriter Binho aus Halfer. Jeremy Pascal, oh, 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 deine Welt ist ein Spielplatz, oh, oh. Außerdem gibt's beim Music Fever Festival am 4. und 5. August an der Heesfelder Mühle Reggae, Ska, Dancehall, Deutschrock, Rockabilly und Latin und Cocktails, lecker essen sowieso. Der Eintritt kostet an sich 12 Euro im Vorverkauf. Oder, wenn ihr jetzt anruft und Glück habt, schenken wir euch die Karten. 02371 790333. Viel Erfolg. Hallo Grundmann hier, Radio MK am Nachmittag für unseren märkischen...